Meine Besten, es ist soweit, meine eigene Handschuhmarke ist ab sofort unter kingloves.de für dich erhältlich. Schnapp jetzt zu und viel Spaß mit dem Video. Wir haben heute die dritte Folge Alle gegen Bobby und der liebe Karol hat für mich den lieben Nick eingeladen. Servus, hallo, ich bin Nick, spiel bei Spielvereinigung und Taching, spiel im zentralen Defensiven Mittelfeld. Ich hole dreimal in Folge einen Sieg, aber wir werden es sehen. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go. Servus von mir, willkommen in der dritten Folge von Alle gegen Bobby. Bobby, der ist ziemlich siegessicher, bist du in Form? Ich bin in Form, ja. Okay. Klar werde ich gewinnen. Du wirst gewinnen heute also? Und go. Nick, bist du noch beim Warm-up? Was, der war drin? Was ist da passiert? Bobby! Boah! Und den heilst du! Nick, das ist das Mikrofon, dein Standing zu dieser Glanzparade. Kann man nicht mehr sagen. Einfach weitermachen, ne? Ja. Abhacken, weitermachen. Komm, gib mir den Punch jetzt, gib mir den Punch und knall den jetzt rein, Junge. Komm! Den besten Schuss will ich sehen. E-Feed und Power. Boah, ich hab's doch gesagt, Nick! Check mal allein! Will... Hallo? Ja? Willst du nicht einchecken? Gute Schüsse. Was heißt? Michael, der wollte mich nicht einchecken einfach. Geht gar nicht. Ich jubel für den und dann kommt sowas. Gute Schüsse. Das heißt, heute können gute Paraden rauskommen. Puh, level, level. Boah, Glanzart! Deine Paraden, aber auch richtig starke Schüsse. So macht es Spaß zu gucken, wenn du. Boah! 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 Beideentwicklung. Ach du Scheiße. Handschuhe fangen an zu bröckeln, aber es läuft richtig geil. Und ich habe mega Spaß. Rammos! Da musst du an dich lachen. Komm, zeig dein Grinsen, dass die Menschen sehen, dass du nicht demotiviert bist. Also ich finde deine Fee, Nick, ich finde deine Fee sehr stark. Ich finde nur ein bisschen Kraft fehlt noch. Vergiss nicht, wenn du mehr Kraft reinlegst, mehr Konzentration auf den Oberkörper, nicht, dass er nach hinten wippt, ne? So, jetzt hintergeht mich mein Vater und noch Karol. Karol ist ja eigentlich unparteiisch. Das meine ich! I love you! Was sind das für Klang, Bruder! Nick, ein Statement dazu. Haben dir Tipps geholfen, Nick? Ja. Jetzt ist die Stärke auch da und Effet war sowieso immer vorhanden. Nick, gib mir einen Punch. Hast du Bock? Stark gemacht. Weiter geht's. Und der knallt das nächste fast wieder rein. Was ist denn hier los, Männer? Like das Video. Die Jungs geben hier unheimlich viel Gas. Ja, obwohl Bobby schon geahnt hat, was wir beide geplant haben, Nick. Boah, was? Dicker! Du warst dran! Nick, es waren sehr wenige Bälle neben das Tor und leider der letzte halt auch, ne? Aber ansonsten, wenn sie aufs Tor kamen, waren sie brandgefährlich. Leute, schreibt mal, Nick, etwas in die Kommentare, wie ihr seine Freekicks fandet. Und ich bin jetzt auf die zweite Disziplin gespannt, wie du da abschneiden wirst. Bobby, 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 was hast du gemacht, Bro? An dem vorletzten Ball, als du da dran gewesen bist, hatte ich einen ganz kurzen Herzinfarkt. Ja, ich auch. Du hast so gut ausgeschaut, wie ich damals gegen Hakan Charanoglu. Das war das Ebenbild. Und du bist noch viel jünger. Bro, bleib dran, konzentriert. Zweite Disziplin. Du weißt, Two-Touch-Challenge. Hol das Ding nach Hause, lass es nicht wieder auf Stechen rauskommen, okay? Ja. Volle Konzentration. Ich bin so schon mal eingezogen. Ich sehe, du bist siegessicher. Der Kopf hängt nicht. Das ist wichtig. Boah. Hat dich aber gut angenommen noch. Boah. Oh, yes! Das ist... Boah. Schön. Links, komm. Kommt! Beidfüßig ist der Junge! Schade! Oh mein goodness! Schön! Colasso! Ausgeguckt, Nick! Boxstark! Oh, was ein Geschenk! Nick, so gewinnt man keinen Champions League! Aber so gewinnt man alle gegen Bobby! Yes, let's go! Hast du sehr stark gesehen, dass der Bobby zu weit nach links gelaufen ist, ne? Rechts war todesweit offen. Bobby, Konzentration! Du bist gar nicht mit dich gestanden. Rechts war offen. Aber die Zeit läuft noch! Der Schiri pfeift nicht! Ja, Nick! Der ist so gut! Er spricht immer in der Kamera. Ich störe ihn, aber er trifft trotzdem. Bobby, es tut zwar weh, aber du musst jetzt drücken. Genau das, Bobby! Jetzt sieht man, ob du ein wahrer König bist. Zieh durch! Sauber! Schöne Annahme! Schön belohnt, Nick! Schön belohnt! Schade Bobby! Fertig! Challenge 2 ist durch! Schön Bobby! Lange ist hier geblieben und belohnt worden! Nick! Nick, es geht hier um den Sieg! Was ist los? Was für Chip! Machst du im Champions-League-Finale auch Chip! Schade! 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 Das war übrigens die geilste Challenge. Ehrlich, das war die spannendste. Also auch von mir ein High-Five. Ich gebe so viele High-Fives heute. Aber das ist halt einfach die Gänsehaut. Die Gänsehaut kommt nicht von nirgendwo. Also deine Leistung siehst du daran wie Bobby Schwitz. Und Bobby, ich glaube, man muss nicht sagen, also ihr beide Top-Level. Letztes Wort gehört euch beiden. Du zuerst. Er ist wie ein Pokémon. Er hat sich weiterentwickelt. Weiterentwicklung von Isma. Also wirklich, Isma, du hast gut geschossen, aber der da. Sollen wir mal Nick gegen Isma drehen? Hättest du Bock, Nick, noch einmal vorbeizukommen gegen Isma zu spielen? Und Bobby im Tor. Ich glaube, das werden viele Zuschauer feiern. Like das Video nach oben. Aber jetzt unterbreche ich wirklich nicht mehr. Okay, also wirklich geile Challenge gewesen, Nick. Du hast mega geschossen. Es waren wirklich harte Schüsse, platzierte Schüsse, Megaschüsse. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und jetzt will ich das für letzte Wort an Nick geben. Hat mir jetzt auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Schade, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Aber Nick, du siehst ja, ne? Großes, großes Lob. Wir sehen dich wieder. Definitiv. Bobby hat auch sau stark gehalten. Also diese vorletzte Aktion, da aber reingesprungen ist oder auch manche Saves, das ist echt stark. Danke. Ruckstark. Bleib sportlich, bleib gesund, abonniert die Jungs auf den Social Media Kanälen. Alles ist verlinkt. Den kennt ihr eh schon. Warum der doch keine Million hat, weiß ich auch nicht. Ich sag dir, ich verstehe die Menschheit nicht. Nee, shit. Nee, shit.